Okay, ein roter Schädel. Was zu essen. Noch ein Red Gem. Der mal wieder nicht reinpasst. Bloodstorm Bracelet. Cypher Item, okay. Ah, ja. Da kommt er. Ich hoffe, das werden ihm nicht langsam irgendwann zu viele Schädel. Noch ein Rubin. Schädel. Schädel. Ah, der hat einen Stock. Spellbook of the Fallen. Minus Health, Energy, Minus Vitality, Plus Willpower, Minus of Aller Resistance. Ist connected with Dark Sparecraft, okay. Gut, damit wäre das entgeleert. Au. Die Falle habe ich übersehen gehabt. Gut. Hm. Was ich gerade sehr komisch finde, ist, dass es so ruhig ist. Ich habe also auch den Bereich gelöst. Das heißt, ich muss noch den Bereich lösen. Hm. Hm. Haben sich die letzten beiden etwa gegenseitig getötet? How many ways you can cook little insects? Let's show you another storage area. Hm. Okay. Kann ich Fire Shield? Nein. Warte, ich kann euch löschen, oder? Ja, ich kann euch löschen. Da kann ich euch aber immer noch keinen Schaden machen. Au. Okay. Okay. Gut. Das ist weniger schön. Nein, 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 nein. Döp. Döp. So, das hilft ein bisschen. Es sind nur drei, wenn ich richtig sehe. Okay. Okay, einer ist schon mal weg. Nummer zwei ist weg. Au. Das war Nummer drei. Au. Au. Ein Iron Key. Jetzt fehlt soweit ich weiß nur noch eine so eine Power Maschine. Noch ein Iron Key. Jo. Jetzt sind wieder Wände runtergegangen. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Außer, dass die Storage Area immer auch verschlossen ist. Ei. Wo bin ich gerade hier? hier. In die Dinger kann ich nichts reinlegen, gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja, ich sehe dich. Ist schön, dass du da bist. Da ist der eine Schlüssel. Also da ist eine Schlüssel noch. Ich habe halt auch keinen Knopf hier, den ich drücken könnte. Um da aufzumachen. Wo war mein letztes Quicksale? War das vor der Tür? Oder war das nachdem ich sie getötet hatte? Nein, das war vor der Tür. Okay. Weil die Storage Area würde ich zum Beispiel gerne rein. Wie gesagt, ich habe eigentlich drei Guardians hier. Also erwarte ich auch irgendwie drei Schlüssel. Au. Und laden. Und laden. Wer hier dann nach dem Fight gegen die Ur-Guardians speichern sollen. Au. So, du bist gefreeßt. Ja. Einer ist tot. Okay. Nothing to extinguish here. Okay. Nummer zwei ist tot. Ah, habe ich da gerade was gesehen. Das war der falsche Zauber, oder? Was soll ich da mit mal? Nö. Ja, jetzt ist eine neue Maschine erwacht. Oh. Jetzt ist hier was aufgegangen. Jetzt sollte ich über kurz etwas fliehen und mich heilen. Oh, ich hätte... Oh, ich hätte... Ich hätte... Au. Habe ich überhaupt diesmal dran gedacht zu speichern? Und либо ein... Express die Preise auf dem Ball. Geh ich ja?